Wir begrüßen euch. Es ist ein noch sonniger Samstagmorgen. Wir treten heute in Maschinen auf und wir dachten, wir nehmen euch mal wieder eine Runde mit und zeigen euch mal nach langer Zeit unseren ersten Live-Auftritt wieder. Junge, Junge, ist das lange her. Ich habe extra meinen Live-Hut rausgeholt. Wer sich daran erinnern kann, ist der mit den Salzrändern nachher. Was hast du denn hier? Michael ist wohl. Ich glaube, der kommt einfach mal mit. Hey, geil. Michael ist heute der Chef. Wir fahren heute übrigens nach, da alle. Nach Malle. Nach Malle. So, Prost, Prost. Prost, Prost, meine Herren. Prost, Prost, Prost. Schmalzstölle, Eistölle. Das muss bestimmt jahres anders schmecken. Genau. Geht los. Was auch immer. Schnee, Regen, Eis. Alles. Alles. Ich bin vorbereitet. Ich bin richtig vorbereitet. Handschuhe, Mütze, Schlaf, sag alles bei. Hey, Snowboard-Move, Alter. Also, war einer Bock. Der erste Auftritt dieses Jahr und es regnet. Luftgitarre 2.0. Oli in full effect. Oh, was war einer Bock? Auf Platz der Leg carte. Hey! Ihr habt Platz der Legge. Auf Platz der Legge. Auf Platz der Legge. Hey! Auf der ersten Tour. Tschüss Leute. Olli, auf du. Ich habe genau gesehen, wie du den Kopf nach unten hattest. Nein, 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 ich habe tschö gesagt.